Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Break mit Dead by Daylight. Wir spielen Schiese Tötet Seine Freunde und seine Freunde sind Akasha. Keshi. Hallo. Amy. Ach schön. Und ich. Hallo Sven. Servus. Und der Schiese, lasst uns ein Spiel spielen. Ich sagte doch, der Schiese Tötet Seine Freunde. Ja, und der nächste Sorteil. Also meine Glatze wirkt so schwarz. Naja. Welchen Killer hat er jetzt? Die Häk, ne? Mhm. Ohne Perks und so hat er gesagt. Perks, ja. Hab ich gesagt. Hallo. Na, Brüder. Aber mit minzgrünen Stofffetzen. Habit. Grüß. Hallo, Cyborg. Ach shit. Jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, welchen Perk ich vergessen habe. Wie kackendreist kann man eigentlich sagen. Ey, ich bin festgepackt. Du leckst voll. Geh weg. Aua. Das passt mir selbst nicht. Geh weg. Aber du bist der... Du bist der Horst, Akasha. Was? Ich bin mal dran, komischerweise. Niemand mehr. Aha. Das ist nicht dein, Fräulein. So. Nicht alle Generatoren... Wir sollten ein bisschen unterschiedlich... Baum. Ah. Baum. Mach. Schnelle. ist jemand da 17 sekunden habe ich zeit also kriechen dabei bin ich gekrochen hast du da ich würde sagen ich wollte auch nicht bloggen ich wusste das schlecht nein Nein. Boah. Ja, aber hier ist voll der Camper. Ich hab den Gen oben gemacht. Wow. Na dann. Oh, dass sie da zustimmen. Kein Cyborg. Wir spielen Cyborg. Wir spielen, die Hexe nimmt dich. Ah, Alter. Wir spielen Vorurteil mal was. Vorurteil? Ich muss dich jetzt nur noch verfolgen. Oh, fuck. Auf, lieber. Ich hab auch nicht das gefunden, wonach ich gesucht hab. Nenzel war einer mit dem Insta-Koffer, ne? Nein, Schrank. Aber hier gibt's irgendwie gar keine Schränke auf dieser Map. Die ganze Strecke, die ich gelaufen bin, war kein einziger Schrank irgendwo. Ich glaub ich hab wieder das falsche Auge drin. Nicht, nicht. Nicht, nicht. Ich hab's weggesucht. Egal. Ich bin noch gar keinmal. Hi. Warum gehst du denn diesmal einen anderen Weg, hä? Weil du da eben schon gehockt hast, das hab ich gesehen. Nimm die! Wie sie ja eine verschollt. Ach, keine! Okay, Akasha geht retten. Hey mich. Oh, fuck! Das kam aus dem Hintergrund. Oh, fuck! Verletz dich doch! Geh weg! Was ist mit dir? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Akasha hat dir schon mal gesagt, du hast den großen Nachteil, du bist lesbar beim Wegrennen. Ist jemand am Zen? Nein. Ja, ich gleich. Der ist schon fast gut gemacht. Fast die Hälfte ist schon fertig. Oh, super. Oh, super. Man kann sie retten, ne? Ja. Okay. Gut. Ach man! Schatz! Ja! Schreck mich doch nicht so. Hey Taschenlampe! Na, wer geht's dir? Ich wollte gerade die Falle auslösen und da bist du reingelaufen. Achso, ich hab so einen niedergeschlagen, das hab ich gar nicht gesehen. Danke. Ich hab nur zugeschlagen, ich dachte, die wäre jetzt verletzt gewesen. Hundla! Hehehe. Einer zum Fall. Wo ist der? Da bist er. Ich versuch's gar nicht. Ich will dich trotzdem immer hacken. Man kann's ja mal probieren. Neulich hängen. Was ist das denn jetzt? Ich bin fest. Lack vielleicht. Nein! Nein! Was machst du denn? Frag ich mich auch gerade. Außer Sinn gestoppt. Also vom Töten an hat keiner was gesagt. Zu sterben ist jetzt. Ich bin abgerutscht mit der Hand gerade. Der Versuch. Ach, noch einen größeren Bogen. Ich freu' mich. Da kriegst du nicht mehr. Jawohl. Ohne, dass ich dich gekriegt darf und darum gehen muss. Ach komm, genau am Haken. Ja. Vielleicht davor. Ziemlich. Ah, Kascha da deinen Generator besuchen. Brennen. Der ist nicht da. Oh, ich hab noch mal ran. Stopp! Mann! Du bist der Host. Du bist der Host. Du bist der Host. Du bist der Host. Ah, Feier! Dam, dam, dam. Ich bin jetzt tot. Was bin denn? Weil ich bin in die Infraredner. Auf die kurze Distanz kannst du dich auch nicht freiwilligern. Hinter dir, Schatz. Also, was wollt ihr alle Leute? Immer wenn ich die Fallen gerade wegleuchten will, auf die Reihen. Wirklich. Entschuldigung. Mann, das Fummeln sieht ja geil aus. Hm, streichel mich. Entweder habe ich das falsche Auge drin oder die... Ich bin gerade in der Nähe vom Haus. Kann man das überhaupt noch Haus nennen? Ja. Das ist so ein kleines Ding da. Kurz mal hingeleuchtet, aber gut. Ja. Wo ist noch ein... Ben? Verdammt. Da hinten. Warte. Da. Da. Die Stimme des Todes hat mit mir gesprochen. Ich glaube, das war sogar der, den ich fast fertig bekommen habe. Aber da ist jetzt auch Hardbeat. Ja. Oh. Totem. Ich habe eh keine Birks. Ja, von daher. Deswegen habe ich die auch nie kaputt gemacht. Nützt ja dann nicht viel. Besonders wenn man die Punkte eh nicht bekommt. Ja, ist ja ja. Freedom. Ja, ich glaube genau der war das. Bitte im Knie, Schatzi. Knie. 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 Warum Schatzi? Das ist Zibo, ne? Zybo. 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 Da kommt sie, angesprochen. Das sah ja grad geil aus. Hi. Wie geht's? Tja. Oh Gott, ich legge. Warum ist denn hier nichts? Weil der Schieße schon alle Paletten kaputt gemacht hat. Geh ruhig ran. Ist keiner näher. Oh fuck. Der ist aber ganz schön langsam rüber geschlittert. Genau richtig. Nein. Bist du tot? Äh, ich glaube nicht. Außerdem werde ich grad zum Haken, der hat vorgeschleppt. Ups. Ich bin tot. Alter, warst du mich verletzt. Aber war er ja ganz gut. Aber dass ich nicht einen Perk mitnehmen durfte? Ja. Ja. Respekt. Perks, man sieht das ein bisschen anders aus. Ein bisschen. Bei mir hat Cashy nur 11.000 Punkte. Bei Akasha hat Cashy 54.000 Punkte. Was zum Teufel. So. Bucked by daylight. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.